Im Sendegebiet ist es am Freitagmorgen bedeckt und die Temperatur liegt bei minus 3 Grad. Mittags sehen wir vereinzelt die Sonne, vereinzelt auch Wolken bei Höchstwerten von 0 Grad. Am Abend überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und 0 Grad. In der Nacht auf Samstag sind alle Sternegucker eingeladen, bei minus 2 Grad den schönen Sternen zuzuwinken.